Na, das nennt man Kameradschaft. Adios. So. Mann! Wie kann ich höher springen? Jopp, genau so war das. Hab schon. Alles klar. Passt. Ah, genau so war das. Wenn man sich bewegt, dann nimmt die Energie ab. Die müssten hier sein. Und hier. Oh! Hier ist einer. Ohohoho. Nochmal Tarnung her. Hat niemand gesehen, dass der gerade umgefallen ist. Ich habe ja einen Schalldämpfer. Da ist er. Da ist er. Guck ihn dir nicht an. Kannst du mal aufhören, da und auf die Panzerung zu schalten. Vielleicht ist da noch einer. Aber sieht gut aus. Da ist keiner mehr. Gehen wir mal weiter. Ganz vorsichtig. Durch den Dschungel. Ja, der kam ein bisschen überraschend. Der Sack hier. Stand da auf einmal neben mir. Krasser Hund. Krasser Hund. So, jetzt wird schon langsam hell. Dann sehen wir die Gegner auch wieder mal ein bisschen besser. Ah, jetzt gehen wir ein bisschen langsamer. Ich habe keinen Bock, irgendwo Gegner in die Arme zu laufen. Nicht so cool. Ich habe den JSOG-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schreiben Sie ihn ab. Roger Prophet, bin unterwegs. Alles klar. So, ein bisschen Energie wieder aufladen lassen hier. Cool. So, schauen wir mal. Wo sie hier sind. Mensch, was für ein Sonnenaufgang. Ein Traum. Ein Traum. Klasse. Kann man sich immer noch gut angucken, die Grafik. Richtig geil. Die kann man markieren, oder? Okay. Anscheinend kann man die wirklich markieren. Hier ist einer. Wie kann ich denn zoomen? So. Sieht der mich, oder was ist hier los? Warum guckt denn der so behindert in meine Richtung? Was ist denn los mit dem? Ich gebe dir gleich einen Kopfschuss, Alter. Okay. Was sollen wir denn machen? Den Störsender sollen wir weghauen, oder wie sehe ich das? Okay. Da guckt der, der guckt dauernd in meine Richtung, der Sack. Gehen wir mal hier lang. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass hier keine Gegner sind. Ist aber ziemlich wahrscheinlich, denn hier ist ein Trampelpfad. Würde mich nicht unbedingt wundern, wenn hier gleich ein Gegner auftaucht, direkt vor mir. Wie schön außenrum durch den Dschungel. Da war einer, oder? Ja, da ist einer. Kriege ich von hier nicht tot? Auf gar keinen Fall kriege ich den tot. So, ich muss mal... Das ist die falsche Taste. Muss mal ganz kurz was umstellen. Nämlich, dass man, wenn man Ducken drückt... Äh... ...dass das dann auch so bleibt und man es nicht gedrückt halten muss. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Äh... Ne, da wollte ich auch nicht hin. Hier, Controller Setup. Äh, da kann man nichts ändern. Das ist schade. Und hier... Einfaches Fadenkreuz. Ich weiß nicht. Ne, brauchen wir jetzt nicht. Fadenkreuz kann man noch ändern. Nö, ey. Gar keins. Das wäre auch eine Idee. Okay, okay. Okay. Wollen wir ohne spielen? Nope, wollen wir nicht. Das sieht doch ganz gut aus. Obwohl... Ne, ich will schon ein anständiges. Ah, das wollte ich. Fuck you. Hier bin ich. Richtig. Sehr gut. Ähm... Ducken? Ne, das kann man irgendwie... Nicht ändern, das ist schade. Aber trotzdem habe ich wenigstens das Fadenkreuz schon mal umgestellt. Na, immerhin. Ne. So, da la. Gucken wir mal. Wie wir den am besten hier tot kriegen. Tarnfeld aktiviert. Lass mal Tarnung machen. Da ist er ja. Den kriege ich. Gar kein Thema. Wenn er jetzt bloß still bleibt. So. Den ersten haben wir schon mal. Schauen wir mal, ob auf dem Steg noch jemand... Oh, fuck. Wo denn? Wo kommst du denn her? Zählt doch mal nicht so Müll. Sie haben Verstärkung gerufen. Feindliche Einheiten nähern sich ihrer Position. Ja, das war nicht so gut. So viel zum Thema. Wir sind nicht im Krieg. Egal. Der ist tot. Schon mal gut. Ach ja, komm. Wir haben einen Nano-Anzug. Los, rein mit uns. Was soll das, ne? Was soll das? So. Lass mal aufs Dach. Jawoll. Oho. Krass, krass. Der da hinten abgeht, Mann. Was ist denn kaputt bei dem? Mal sterben, bitte. Danke. So viel zum Thema Schleichen. Ja, ich bin doch hier am Machen, ne? Am Tun und Rudern. Ich glaube, ich habe alle. Ne, noch nicht ganz. Boah. Ich kriege ihn nicht tot. Ich kriege ihn nicht tot. Oh mein Gott. Und er ist so, er bewegt sich so langsam, wenn er nicht Maximum Speed hat. Ist ja unglaublich. So, erstmal bei der Bananenschachtel verstecken. Was mache ich denn jetzt? Ach so, da kann man Gegner ablenken. Richtig. Ähm. Ne, will ich jetzt aber nicht. Ich will hier das Boot loswerden irgendwie. Das war auf jeden Fall ein Treffer. Das war ein Headshot. Also zumindest habe ich da schon mal einen gekillt auf dem scheiß Boot. Da sitzt aber noch der Fahrer drin. Ach, komm schon, Mann. Nix da, den hole ich mir jetzt. Was heißt hier energiekritisch? Ja, ich kann dem nicht hinterher schwimmen. Das wäre... Boah, bin ich weit geschwommen? Krass. Ich kann dem jetzt nicht hinterher schwimmen. Das wäre ein bisschen idiotisch. So. Okay, alles klar. Ich bin schon unterwegs zum Störsender. Machen wir den kalt. Wie kann ich den kalt machen? Brauche ich dafür nicht irgendwie eine Sprengladung oder sowas? Okay, hier. Auf geht er. Mach doch jetzt mal. Dankeschön. Alles klar, bin unterwegs. Ich fliege quasi. Halt, man konnte doch auch Auto fahren, oder? Da hängt er drin. Guck ihn dir nicht an. So. Einmal rückwärtsgang eingelegt. Super Sache. So. Also zu Fuß wäre ich schneller, wenn ich mehr Energie hätte für den Anzug. Aber gut. Das sind ja Gegner. What the fuck? Überfahr sie einfach. Zack. So, jetzt nochmal raus hier. Wo ist er denn? Da ist er. Habe ich ihn? Da wird nochmal ein paar Kugeln rübergeballert zu ihm. Ich denke, ich habe ihn. Ja, da liegt er. Sehr schön. So, weiter geht's. Wo müssen wir eigentlich hin? Ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Ja, das ist schon der richtige Weg. Wir können ja nicht durchs Wasser. Also, könnten schon. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Das ist ein bisschen wackelig noch alles hier. Boah, das sind ja schon wieder Gegner. What the fuck? Oh oh. Wird der K. Äh, überhaupt nicht Autofahren. Was ist mit ihm los? Habe ich ihn? Der ist auf jeden Fall tot. So. Ich habe keine Munition mehr. Das ist, äh, Marik. Dann halt die AK. Was gar nicht anders geht. Ach ja, heul nicht rum wie so ein Affe. Da hinten. Guck sie dir an. Guck sie dir an. Ja, habe ich doch schon. Ist doch alles cool jetzt. Ah, fuck. Wieder keine Munition. Ich bin fast tot. Das ist nicht gut. Und eine Granate kommt auch noch geflogen. Ähm. Krass. Krass. Äh, ja. Das war nicht so gut. Scheiß aufs Auto, man. Das funktioniert nicht. Wir gehen so rum. Alles klar. Bin unterwegs. Diesmal spielen wir anständig. Und wir lassen uns nicht sofort da entdecken. Da mit dem Auto rumgurken. Das ist ja völliger Schwachsinn. Funktioniert aber gar nichts. So. Da sind sie auf jeden Fall. Sehe ich schon. Einer sitzt im Auto. Und zwei stehen... Drei. Drei sind auf dem Boden unterwegs. Okay. Alles Klärchen im Bärchen. Wie komme ich da ungesehen hin? Gar nicht. Ich könnte schwimmen. Ja, schwimmen könnte ich halt. Da auf der Straße sind zwei Leute. Ja, okay. Holen wir erst die zwei Leute und dann... Und dann gehen wir... Den normalen Weg zur Straße. So. Was? Schalldämpfer. Ja, lassen wir alles drauf. Ach Gott. Ich will immer Kreis drücken, um hier zurückzukommen. So. Die müssten gleich hier sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Gehen wir mal ein bisschen langsamer. Die müssten hier sein jetzt. Die sind aber auch immer gut getarnt hier. Okay. Ich habe eh gleich keine Energie. Da ist er. So. Wo ist dein Kollege? Hä? Da ist er. Oh Gott. Was ist denn mit meinem Aiming los hier? Unfassbar. So. Erstmal Munition eingesackt, bevor es weitergeht. Ohne Munition geht hier gar nichts. So. Das hat man ja vorhin gesehen. Ist nicht so toll, wenn einem die Munition ausgeht. Ist eigentlich ziemlich asozial. So. Sehe ich da noch jemanden? Nope. Da ist niemand mehr. Auf geht er. Volles Rohr. Ey, die Energie ist andauernd kritisch, Mann. Geht mir ziemlich auf den Senkel hier. Was zum Teufel fliegt hier über uns weg? Irgendein Jäger. Ja. So. Da. Da. Da ist Action. Habe ich sie schon gesehen. Gehen wir mal in die Richtung. Auch wenn der Weg jetzt vielleicht nicht der beste ist. Okay, ist das Einzelschuss? Das ist Einzelschuss. Sehr gut. Machen wir das. Verbrauchen wir nicht so viel Munition. Ich habe eh nur noch 31 Schuss in... Äh, bei der Waffe. Das ist nicht so viel. Ja, was will ich ihm mit dem Fernglas? Ich weiß doch, dass sie da sind. Das ist ein Fernglas. Kann mir gesch... Wie kann der mich sehen? Das ist unfassbar. Verdammt gute Augen haben die. Verdammt gute Augen. Also für Koreaner. Wenn ihr wisst, was ich meine, da ist er. Den kriege ich. Fick dich! Er will nicht verrecken. Wo ist er denn? Hab aber... Alter Verwalter. Wat ein Arschloch. Will einfach nicht sterben. Das Tarnfeld aktiviert. Ja, geh doch hoch bitte. Da ist er. Ah, jetzt warte mal. Jetzt. Jawohl. So, so gut kannst du auch nicht sehen, dass du mich hier sehen würdest. Also bitte. Aber ich kann nicht so gut schießen, als dass ich ihn von hier töten könnte. Also muss ich schon... Da ist ja noch einer. Jawohl. Das war ein schöner Schuss. Auf den schieße ich jetzt nicht. Das wäre... Ziemlich dämlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Das wäre ultra dämlich. Da gehen wir lieber irgendwie so an den Felsen rum. Na, der wird uns schon jetzt hier nicht entdecken. Denke ich. Das war's. Ich weiß. Das war's. Ich weiß. Das war's.